Hey Freunde, viel Spaß mit der neuen Minecraft-Folge und bewertet auf jeden Fall das Video. Ach Leute, ich find's richtig cool, dass wir zusammen zelten gehen, Ickiline. Und vor allem auch, dass du deine kleine Cousine mitgebracht hast. Hallo Mini-Ickiline, wie geht's dir? Hallo, großer Icky. Hi, oh und hey Freunde, da seid ihr wieder. Wir sind heute Campen und wenn ihr keine Videos mehr verpassen möchtet, dann abonniert jetzt den Kanal hier. Drückt auch rechts daneben auf das Glöckchen, damit ihr einen Teil der Icky-Ambi werdet und ihr verpasst dann kein Video mehr. Und gebt dem Video ein Like, das würde mich super freuen. Und schreibt auch einen süßen Kommentar, damit ich euch einblenden kann. So Leute, das Lagerfeuer steht, die Zelte sind aufgebaut und jetzt können wir uns endlich entspannen. Oh! Nein! Nicht entspannen! Will Spielzeug! Du willst Spielzeug? Hm, was machen wir dann? Ickiline, hast du Spielzeug dabei? Ah, okay Mini-Ickiline, dann schauen wir mal. Oh! Schau mal, was ich für dich habe! Einen Teddybären! Ist der nicht süß? Nein! Ich will Elektronik-Spielzeug! Elektronik-Spielzeug? Aber guck mal, das ist ein richtig süßer, knuffliger Teddybär. Alter, ich würde es sogar mit ihm spielen. Guck mal! Hallo, kleiner Teddy, na, wie geht's dir? Hallo, Icky, ich bin ein Teddybär. Siehst du, der kann sogar reden, Mini-Ickiline, ist der nicht cool? Nein! Ähm, okay, der arme Teddybär. Na gut, dann, Teddybär, du setzt dich da hin. Okay, kein Grund zur Aufregung. Ich habe noch viel, viel mehr. Wie wäre es mit einem Snack? Und zwar... Frisch von Omi gebackene Chocolate-Chip-Cookies. Sind die nicht lecker? Äh, äh. Ich habe keinen Hunger. Oh, Ickiline, die ist aber echt anstrengend. Äh, aber guck mal, das sind Chocolate-Chip-Cookies. Die haben sogar Schokoladen-Crisps und Chips obendrauf. Schau dir das doch mal an. Mh! Na schön, dann bleibt eben mehr für mich. Und Ickiline, wenn du die nicht haben willst. Na gut, Leute, das ist echt ein harter Brocken, Ickiline, das kleine Cousine. Die ist jetzt gekommen und die bleibt übers Wochenende bei uns. Und was, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die will unbedingt irgendwas haben, was ich aber nicht habe. Moment mal, du hast gesagt Elektronik? Hahaha, da habe ich doch glatt die perfekte Lösung für dich. Da, 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 da. Eine Nintendo Switch, na? Und Spiele? Äh, und Spiele? Oh, ich habe die Spiele vergessen. Ähm, da sind Spiele installiert. Du kannst einfach direkt schon spielen. Nein, ich will das neue Animal Crossing spielen. Äh, spiel doch einfach, äh, ach Mist, jetzt habe ich kein Spiel gekauft. Ach man, das war, okay. Da gebe ich dir recht, das war komplett mein Fehler. Da habe ich gar nicht auf, Ickiline, hast du zufällig ein Spiel dabei? Äh, äh. Äh, okay. Dann, ähm, möchtest du etwas Gesundes? Vielleicht einen Apfel? Äh, gesund. Aber gesund ist gut. Schau mal, der ist, guck mal, wie knackig der aussieht. Äpfel sind gesund und lecker. Wenn nicht, dann esse ich den halt auf. Nein? Ickiline, sie will nichts Gesundes? Sie will keine Chocolate Chip Cookies? Ich weiß, was sie geben soll. Soll ich es machen? Okay. Eine Geheimwaffe habe ich hier noch. Marshmallows zum Grillen. Yippie, Marshmallows. Yay, Leute, sie will Marshmallows haben. Schaut mal, ich habe sogar richtig viele dabei. Hä? Ickiline, was ist los? Wieso soll ich hier keine Marshmallows geben? Die sind... Nur weil die aus Zucker sind? Oh, Ickiline. Oh Gott, jetzt will Ickiline nicht, dass ich sie ihr gebe. Oh Gott, jetzt hat sie etwas gefunden, was sie... Na, super, Leute. Ich wollte ihr jetzt Marshmallows geben, weil sie unbedingt Marshmallows haben wollte. Aber jetzt will Ickiline nicht, dass ich ihr Marshmallows gebe. Na schön. Guck mal, die könnte man einfach hier braten und dann... Oh, die sind sowieso reingefallen. Oh nein, mir sind die Marshmallows ins Lagerfeuer gefallen. Na schön. Hm. Ähm. Ich habe eine Blume für dich. Na schön. Wenn du keine Blumen willst. Dann für dich, Ickiline. Da freut sich Ickiline doch auf jeden Fall. Das weiß ich doch. So, dann, äh, Ickiline, wenn du willst, kannst du hier auf jeden Fall hier mit deiner Cousine auf dem Bettchen schlafen. Moment, so. Ich platziere das hier hin. Weil im Zelt kann es ganz schön kalt werden und ganz schön hart. Äh, dann habe ich hier noch Diamanten. Hm, pass auf. Ich hole dir was aus dem Supermarkt. Du bleibst einfach hier. Ickiline, pass auf sie auf. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis es dunkel wird, okay? So, Leute. Dann laufe ich mal schnell rüber zum Supermarkt. So, und zack. Hallo, cool. Möchtest du mitcampen? Da drüben musst du einfach hin. Nö, sie will wohl nicht. Gut. Dann laufe ich jetzt schnell rüber zum Supermarkt, Leute. Und schau, was es da so im Angebot gibt. Was ich Ickilines kleiner Cousine einfach mal kaufen kann. So, lolololo. Dann laufen wir mal hier rüber. So. Oh, okay. Guten Tag. Oh, sie haben etwas Neues im Sortiment. Oh, brandneue iPhones. Das neue, Moment mal. Warum kostet das nur 15 Diamanten und das 100 Diamanten? Das ist das. Oh, das ist ein neues iPhone 8. Alter, wenn ich das Ickilines Schwester, äh, Cousine schenke, dann wird Ickline mich sowas von lieben. Und vielleicht bekomme ich dann sogar einen Kuss. Wow. Okay. Aber leider habe ich keine 100 Diamanten. Ups, Moment. So. Und was ist das? Das könnte ich mir... Oh. Das ist ein uraltes iPhone 4s. Warum haben sie das denn noch im Sortiment? Können sie nicht das iPhone 8 auch für 25 Diamanten kaufen? Es tut mir furchtbar leid. Das iPhone 8 ist heute reingetrudelt und es ist extrem teuer. Wenn du es haben möchtest, kostet es 100 Diamanten. Oh, kommen sie bitte. Ich habe aber nicht genug Geld für das iPhone 8. Ich will unbedingt das iPhone 8 haben. Können sie sich auch mit 32 Diamanten zufriedenstellen? Es tut mir furchtbar leid. Das iPhone 8 kostet 100 Diamanten. Stellen sie es bitte wieder zurück. Ach, Mann. Na super. Gut, dann hole ich uns einfach Sandwiches. So. Das macht dann drei Diamanten. So, zack, zack. So, tschüss. Ich gehe jetzt mal weiter campen. Lalalala. Oh, 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 oh. Oh. Was haben wir denn da, Leute? Eine geheime Kiste. Das finde ich doch cool. Was ist da drin? Ah. Oh. Ein Briefcase. Hm. Na gut, dann lesen wir mal. Schauen wir mal, was da drin steht. Okay? Passwort. Ich brauche ein Passwort. Oh, nein. Und was ist das? Das Passwort ist sehr gut versteckt. Im Wald. Hm. Na super, Leute. Oh, wo ist die Sonne? Oh, nein. Es wird langsam immer dunkler. Okay. Dann laufe ich jetzt erstmal zurück. So. Und hepp. So. Und zack. So. Hallo, Mädels. Ich bin wieder zurück. Und ich habe richtig leckere Sandwiches mit dabei. So. Und schau mal. Im Laden gab es ein cooles iPhone 8. Aber das konnte ich leider nicht kaufen. Ich habe nicht genug Diamanten. iPhone 8. Alle in meiner Klasse haben ein iPhone 8. Ich will auch. Hm. Na ja. Ich habe hier einen Brief gefunden. Einen Briefcase. Da brauche ich aber leider ein Passwort für. Da könnten Diamanten drin sein. Öffne es. Ich will das iPhone 8. Das geht leider nicht. Schau mal. Das Passwort ist sehr gut versteckt. Im Wald steht hier. Und ihr könnt jetzt nicht in den Wald gehen. Guckt mal. Es wird immer dunkler. Manno. Ich will das iPhone 8. So. Ich lege das mal hier hin. Ikkeline. So. Ich gebe dir mal hier die Sandwiches. Und du schmierst die mal so lange. Ich komme sofort wieder. Ich gehe noch mal kurz mit dem Verkäufer behandeln. Bis gleich. La 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 la. Ikkeline. Ich will iPhone 8. Ikkeline. Hallo. iPhone 8. Hey. Okay. Ikkeline. Ich gucke. Ja. Passwort. 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 Passwort versteckt im Wald. Suchen gehen. Suchen. Suchen. Im Wald. Oh. Dunkel. Ich suche ein Passwort. Oh. Kuh macht Mut. Passwort. 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 iPhone 8. Passwort. Passwort. Ausserprit. Passwort. Ich weiß. Kleines Mädchen, willst du Eiscreme haben? Eiscreme! Eiscreme! Kleines Mädchen, willst du ganz sicher ein leckeres Eis von mir? Eiscreme! So dann! Hilfe! 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 Angst, kein Eis wollen! Kein Eis! Hilfe! Eicke! Eicke! Eickeline! Ja, geil, ich habe ihr jetzt das iPhone gekauft. Eickeline! Ich habe eine Überraschung für euch! Ich habe das iPhone gekauft! Ähm, wo ist deine Cousine? Ach du meine Güte! Sie ist in den Wald gelaufen! Nein! Wir müssen jetzt schnell dahin laufen, Eickeline! Bleib du! Okay, Eickeline, du bleibst hier, falls sie zurückkommt! Ich werde dahin laufen! Oh oh! Und ich habe keine Taschenlampe! Jetzt muss ich in den dunklen Wald gehen! Eickelines Cousine! Eickeline, wo bist du? Eickeline, Hilfe! Ich habe sie gehört! Sie ist da vorne! Wo steckst du? Hey! Ich rette dich! Du brauchst Hilfe! Ich komme und gebe dir Hilfe! Nein! Komm wieder zurück! Wo steckst du? Hilfe, Eicke! Was ist das denn? Das Passwort! Ich habe das Passwort gefunden! Hey! Eickelines Cousine, wo bist du? Bist du hier irgendwo? Da bist du ja! Komm sofort wieder mit hierher! Das ist total gefährlich, wo du warst! Tut mir leid! Ich wollte unbedingt suchen gehen! Komm! Aber, schau mal, was ich dafür gefunden habe! Das Passwort! So, 1, 2, 3, 4 ist das Passwort! Und 1, 2, 3, 4! Oh, Diamanten! Die haben jetzt alle wieder zurück! Schau mal! Und noch eine Überraschung! Das brandneue iPhone 8! Yippie! Vielen Dank, Eicke! Yeah! Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos sehen wollt, so wie das hier, dann abonniert den Kanal, drückt auch rechts daneben auf das Glöckchen, damit ihr ein Teil der Eicke-Ami werdet und Leute, bis zum nächsten Video! Tschüss!